Ich bin Melani Darwecke, ich bin 29 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem sozialpädagogischen Bereich und absolviere aktuell die duale Ausbildung zum Bachelor of Laws hier bei der Stadt Lünen. Beworben habe ich mich 2018 übers Online-Verfahren war das damals. Das war auch relativ einfach zu finden über die Internetseite der Stadt Lünen, konnte ich meine Bewerbungsunterladung hochladen und online verschicken. Dazu gehörten, wie man das auch kennt, Lebenslauf, ein kleines Motivationsschreiben und Abschlusszeugnisse. Die Ausbildung kann man sich auf jeden Fall sehr abwechslungsreich vorstellen. Also Praxisabschnitte wechseln sich mit Studienabschnitten blockweise ab und in den Praxisphasen durchläuft man verschiedene Abteilungen hier bei der Stadt Lünen. Das sind verschiedene Bereiche wie Ordnungsverwaltung, Leistungsabteilung, der Bereich Finanzen oder auch Personal und Organisation. Und in den Studienabschnitten einer Fachhochschule wird man in kleinen Kursen von bis zu 30 Leuten unterrichtet. Da ist die Atmosphäre eher familiär und schulisch, man könnte sagen so Klassenatmosphäre. Ich kann sagen, dass ich mich wohlfühle bei der Stadt Lünen. Also die Leute, die ich bisher treffen durfte, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Das waren sehr interessante Begegnungen, von denen ich viel lernen konnte, wo ich auch das Gefühl hatte, die machen ihre Arbeit sehr gut. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Atmosphäre unter den Kollegen in den Abteilungen, in denen ich bisher war, immer sehr gut war. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.